Und jetzt sage ich euch mal, was das für ein krasser Tag ist. Ich bin nämlich heute echt beim Spiel. FC San Pauli gegen Schalke. Voll krasse Begegnung. Fußball. Mega. Vorsicht am Ende der Scheiße. Voll am durch. Krass. Mega, mega alles. Big Ben raus. Euer Influencer. Und hey, game up. Rausgehen, ne? Würde ich nicht machen.